ja ja das liebe geld in frankfurt wurde gestern abgestimmt investoren in die dfl ja oder nein abgestimmt wurde offensichtlich mit ja wie kam es denn dazu es gab doch so viele proteste wenn das geld ruft dann ist das immer so eine sache mit dem rückgrat möchte ich jetzt einfach mal behaupten es wird derzeit viel viel spekuliert und bislang ist auch noch nicht jede gegenstimme sozusagen bestätigt aber die blödzeitung und auch die sportschau die schrieben folgendes in der bundesliga haben sich laut bild und sportschau die vereine köln freiburg und union berlin gegen den investoreneinstieg entschieden in der zweiten liga haben sankt pauli braunschweig-düsseldorf magdeburg nürnberg hertha und anscheinend auch der erste fc kaiserslautern dagegen plädiert nun gebracht hat's nichts außer dass man eben rückgrat bewiesen hat und das bedeutet wir fans werden nach wie vor ernst genommen und das ist den vereinen sehr sehr hoch anzurechnen aber was heißt das jetzt eigentlich so man möchte unter anderem eine eigene streaming plattform ins leben rufen diese aufbauen die internationalisierung der bundesliga zweite bundesliga vielleicht sogar die dritte liga wer weiß vorantreiben naja ob man dafür aber eine milliarde euro braucht es geht hier auch um keinen kredit nicht dass da irgendwie was missverstanden wird nee nee was heißt das lässt man jetzt sky und sohn und wie sie alle heißen diese medienpartner einfach hängen denke ich nicht glaube ich nicht dran das macht nämlich gar keinen sinn warum sollte man die denn verprellen diesen geldtahn muss man doch offen halten wenn man das maximum rausholen will das heißt alle spiele alle tore künftig auf der eigenen streaming plattform und nur dort das glaube ich nicht und wenn ja ist das dann so was ähnliches wie in der nfl gibt es dann den season pass für fußball für erste liga zweite liga und wenn ja was soll der kosten oder gestaltet ist sich dann so du brauchst nun drei plattform einmal sky einmal der son und dann noch eben die dfl plattform keine ahnung alles spekulation wissen wir alles nicht aber die viel größere befürchtung die ich habe ist wenn man künftig vielleicht noch einen investor ins boot holen möchte könnte man sich ja auf diese abstimmung berufen immerhin wurde ja nicht dafür abgestimmt was mit dem geld passieren soll des investors sondern ob investoren in die dfl geholt werden was bedeutet das dann in zukunft für den deutschen fußball was bedeutet es denn für identifikation und tradition wer weiß haben wir irgendwann eintrittsgelder wie beispielsweise die premier league 90 tacken also umgerechnet 104 euro für einen stehplatz keine ahnung wir werden es erleben auf jeden fall sehe ich dem ganzen sehr skeptisch entgegen und bin jetzt eben auf eure meinung gespannt was denkt ihr wie denkt ihr darüber ob der fck nun dagegen gestimmt hat wissen wir nicht warum wissen wir das nicht weil es noch nicht offiziell bestätigt ist immerhin basieren diese aussagen dass der fck sich auch dagegen entschlossen hat eben auf berichte von sportschau und der blöd ich meine natürlich bild jetzt aber eure meinung in die kommentare ich bin gespannt was denkt ihr was hat es da alles auf sich mit diesen investoren gedönse von der dfl was heißt das vielleicht für den deutschen fußball ist es was gutes ist es was schlechtes ich bin gespannt und nun sage ich vielen dank